Ich bin voll des Daisy-Kiddy. Grafik ist voll scheißegal. Oh, ein Zombie. Ich will ihn töten. Da kommt noch ein Zombie. Stirb. Hallo Zombies. Ja, wo kommt ihr denn hier? Ah! Oh, noch ein Zombie. Ah! 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 Oh, jetzt muss ich ja nachladen. Oh, ist die Welt hässlich. Die Grafik ist so scheiße. Ah! Zombies! Ah! Ah! Ja, wo sind denn die Zombies? Am besten lauf ich mal weg. Ja, was ist denn das? Da kann ich mich bestimmt heilen. Da lauf ich mal drüber. Ah! Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich gebrochene Beine. Zombies! Ah! Ich treffe dich nicht, weil die Grafik zu scheiße ist. Ist das nur hassen. Ich habe euch aber doch getroffen. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ja! Die kann ich auch wieder aufstellen, wenn immer nicht sie organisieren könnte! Kann ich aber nicht. Komm! Oh! Komm schon! String dich an! Ja! Liebe! Gesundheit! Ah! 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 Am besten spreng ich den Zombie die Luft, dass er nie wieder jemandem wehtun kann! Ah! 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 Ähm! Hallo? LOL! Scheiße! Jetzt ist die Granate weg! Hä? Was ist denn das? Deactivate Pump! Hä? Timer? Hä? 10 Sekunden? Oh! Nein! 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 Und das ist die neue Grafik von meinen DayZ-Videos. Grafik! Hoffentlich seht ihr, dass die Pixeldichte wesentlich zugenommen hat und einfach alles viel schärfer aussieht. Wow! Details! Wow! Höhere Auflösung! Wow! Yippie! Also, um es kurz zu fassen. Ich verwende jetzt einen neuen Codec. Und ich habe einfach die Bitrate erhöht. Und jetzt haben die Videos wesentlich höhere Qualität. Qualität! Qualität! Ob die trifft? Nein! Qualität! Die trifft. Kaboom! Wow! Noch eine? Qualität! Ui! Die hat gesessen. Uhu! Details! Details! Nice! Ich hoffe, ihr seht wie schön meine Videos. Was für ein Scheiß laber ich da. Ich hoffe, ihr bemerkt den Qualitätszuwachs. Und bewundert jetzt. Was ich mache. Was ich mache. Doch was jetzt passiert, wissen bloß die Götter. Götter des Daisys, holt euch den Heli! Qualität! Oh yeah! Oh yeah!